Vor mir ist ein sehr gut aussehender junger Mann. Ich spreche ihn mal an. Bock auf den Spaziergang? Ich leih ihn auch meinen Hund. Wir sind jetzt in meiner Heimat in München. Hier an der Uni habe ich mal studiert. Lang lang ist es her. Es gibt hier in jeder Stadt Hundekotbeutel und das sind mit Abstand die schönsten. Rot! Rote Hundekotbeutel! Man muss sich über die kleinen Dinge freuen. Schatz, hier gibt es rote Hundekotbeutel! Go Rudy! So, wer gewinnt? Wer gewinnt? Sehr gut, Rudi! Yeah! Super, Rudi! So, jetzt bin ich noch ein bisschen Spielerfrau heute Abend, denn ich bin mit Jana bei einer Veranstaltung hier von Schuhen. Alle Frauen rasten aus und hier oben... Jetzt seht ihr gerade, wie Janas Instagram Bilder entstehen. Oh, Bruder! Hi! Taxi auf Römer? Nee! Mach weiter ein Foto jetzt! Hier, das ist der Fotograf. Das ist Benji... Die machen Fotos und guck mal hier! Die haben hier eine Voice-Hunt gefakt! Skandal, ey! Das ist wirklich eine Voice-Hunt, ne? Aber da fehlt das Mikro! Ha! Jetzt habe ich es gesehen! So! Jochen! Jetzt wissen wir es! Guck mal hier! Der Schropp fährt schon mit eigenen Fahrzeugen durch die Gegend! Tja! So, so! Sanitär und Heizung! So macht er seine Kohle! So! Jetzt gibt es erstmal was zu essen! Bitte! Wir sind in the one and only! Wir gehen ja eigentlich nur in... Richtig geil! Weil du prominent bist! Das ist das! Richtig geil! Weil du prominent bist! Das ist das! Budiii!